Hier, man braucht natürlich Italien, ganz klar, zentral, man braucht die ganze Iberische Halbinsel und man braucht auch ganz Frankreich und damit nicht genug braucht man auch ganz bestimmte Provinzen und zwar Wien, was ich hier auch so halb rausgeholt habe, London, wo ich jetzt auch schon mehr erobert habe, dazu auch noch nicht nur London, sondern Yorkshire und auch noch Seeland hier.